Hey Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ihr seht schon am Titel, heute machen wir wieder eine Folge von Heidenzeak und dieses Mal in Lucky Landing haben wir richtig lange nicht mehr und dieses Mal haben wir jemanden ganz anders mit dabei, es ist nicht Odoman Peach wie jedes Mal, sondern der liebe Wackes, was geht ab? What's poppin', Digga? Oh, du schießt falsch rum. Achso. Achso, da bist du. Dann haben wir noch Odoman Peach. Eine Mann Tannensuppe, bitte. Achso, wir sind im selben Team. Okay, und zu guter Teil der Zeugze haben wir noch D-King am Start. Was geht? Einmal, einmal kurz zugucken, ganz ruhig, ganz, ganz ruhig. Ich geb ihm die neuen Pfosten. Definitiv. Ey Jungs, niemand, niemand kann einfach Hallo sagen bei der Begrüßung, niemand, egal. Also ich würde sagen, die Regeln kennt ihr von Heidenzeak und deswegen, wer will suchen? Keiner? Perfekt, dann such halt ich oder so, egal Leute, deswegen würde ich sagen, versteckt euch, ich gebe euch ungefähr 30 Sekunden Zeit oder bis ihr versteckt seid, dann machen wir kurz den Cut und wir sehen uns gleich wieder heute. Aber Leute, bevor das wieder anfängt, nehmt euch ein paar Sekunden Zeit, um meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Und aktivt auf jeden Fall die Glocke, weil ohne Glocke geht's einfach nicht mehr. Reicht jetzt aber auch mit Werbung, Leute. Hashtag Mavesquad, danke für euren Support. Let's go! So Leute, alle sind versteckt und ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal. Digga, ich habe schon irgendwie vorhin was gehört hier. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wieder irgendwo hier in der Mitte kämmt. Weil ich glaube, wir hatten schon mal hier eine Folge bei Stöv, also bei Stolkofen Kanal und da war hier einfach Odoman auf diesem Ding drin. Bei jeder Heidenziek-Folge Odoman ist einfach King of Verstecken, Alter. Ist so. Wurde, du hast immer die heftigsten Verstecke, Digga. Ich bin gespannt, ob du ein Peking findest. Heftig. Haste. Lo-lo-lo! Ey, siehst du doch noch, aber er sieht uns nicht auf der Karte, ne? Hätte ich nichts gesagt, hätte ich nichts gesagt. Ich schwöre, ich hätte dich echt nicht gesehen. Die Sache, wir sind halt wirklich alle im selben Team, deswegen muss ich kurz wechseln. Ich seh jetzt doch nicht auf der Karte, aber trotzdem kann ich euch nicht spielen. Ja, wechseln. Ah, fuck, jetzt ziehst du mich auch auf den Ofen. Ne, ich gucke, ich mache Augen zu. Mach ehrlich. Ey, meine Augen sind gerade ehrlich zu, Digga. Ja, ja, aber allein, dass du gesagt hast, ich seh dich von oben, bin ich mir eigentlich schon sicher, dass du irgendwo auf den Baum chillst. Ja, wenn ich am Ende derjenige bin, der nicht gefunden wird, dann wäre Baba. Okay, warte, Odoman habe ich jetzt schon mal, oder? Ja, boah, zählt nicht. Ja, warte, Digga. Du brauchst mich jetzt nicht töten, das macht keinen Sinn. Wozu? Warum kühlst du mich dann? Ja. Okay, so, ich lebe jetzt wieder. Boah, wollt ihr mir vielleicht irgendwelche Tipps geben oder sowas? Das ist frech, Digga, was ich habe. Du musst ihm später Tipps geben, bei mir brauchst du keinen Tipp, glaube ich. Ehrlich? Ehrlich. Das ist dein Versteck so kacke, Digga. Das bocht eigentlich, aber ein bisschen kacke ist das auch. Ey, warte, die Tür hier ist einfach kaputt, äh, aufgemacht worden. Hallo? 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 Merhaba. Hey. Digga. Warum lacht ihr so, Digga? Nein, ich lache nur so, Digga, weil mein Versteck so dumm ist. Okay. Gib mir mal einen Tipp, ist irgendwer in der Nähe von der Mitte? Äh, nee, Digga. Also, ich sehe dich ja selbst auf der Map. Welcher? Oh mein Gott, Digga. Ja, das ist... Dein Ernst? Ja. Dein Ernst, der war das? Hat er dich gefunden? Ja, Bruder, er hat mich gefunden. Digga. Bist du das, Digging? Ich war das, ja. Oh mein Gott. Hey, okay, war eigentlich schon gut, aber wie bist du noch hochgekommen, Bruder? Digga, ich habe mich hochgebaut, deswegen habe ich noch geschossen, um die Sachen wieder abzubauen. Oh Gott, Digga. Ja, okay, dann ist halt wirklich Wakes der Letzte jetzt. Jetzt der Letzte, Digga. Hä? Okay, okay. Wenn ich jetzt verstecke, ist locker irgendwo ein Busch drin oder sowas. Du bist komplett lost, Alter. Ich sage dir so viel, du bist lost. Kannst du mich sehen, oder was? Ne, aber du bist auf jeden Fall schon vorbeigerannt. Hä, wie? Ja, Digga, deswegen musste ich ja eben so lachen. Aber scheiße, Digga. Warum sage ich sowas überhaupt? Das heißt, du bist irgendwo hier in diesem Haus drin, Digga. Alter, bist du in einem Haus oder bist du außerhalb? Äh, ja, Digga. Beide. Ja, Digga. Sag immer ja. Also ich kann dir so viel sagen, ich habe vorhin schon deine Schritte gehört. Oh mein Gott. Hä, war ich hier nicht drin? Digga. Eigentlich war ich doch schon da drin, oder nicht? Ja, deswegen habe ich doch totgelacht, Alter. Oh mein Gott, ich schwöre sogar, ich schwöre sogar, das war eigentlich so das beste Versteck. Das Ding war schon krass, aber das ist halt so die schwierigsten Versteckungen, da guckt man eigentlich auch nach, Leute. Aber egal, ich würde sagen, die Runde habe ich eigentlich schon gewonnen. Will ich jetzt sagen, wir wollen irgendwer von euch suchen, oder? Come on, man. Ich mag suchen. Nein. Wir suchen zu dritt. Nein. Okay, sucht, ja, okay. Wir suchen zu dritt. Jetzt suchen drei Leute, ich verstecke mal hier eine. Nein, zwei Leute suchen und zwei verstecken sich auf Special. Okay, ohne mal noch nicht, ich versuche. Hä, warum machst du eigentlich auch nicht? So, ich würde sagen, jetzt suche ich eine Runde, die dürfte sich jetzt verstecken, ihr habt bis 42 Zeit, reicht das? Achso, ja, ja, easy, Digga. Und dann suche ich euch. Chill mich so lange in der dunklen Ecke auf Entspannung. Digga, ich habe schon Baba versteckt, Alter. Sagst du, es ist Baba? Es ist richtig Baba, Alter. Mach nicht zu schwierig. Aber alle sind in Lucky Landing. Ja, ja, sorry. Nein, Bruder, ich bin gerade Pleasant Park. Bruder, ich habe es doch noch auf den Bett gegangen. Ich komme gleich zu dir, chill. Warte, ich habe doch schon einen gesehen. Achso, du suchst ja schon, lol. Ich suche jetzt. Okay. Aber ich habe noch keinen gesehen. Hä? Ich höre so eine Steps. Wie? 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 Jemand springt hier die ganze Zeit hoch runter. Wer ist das? Bruder? Bruder, wer hat da gerade eine Tür aufgemacht? Aha. Hier bist du doch. Du musst doch hier oben sein. Ich... Oh. Junge. Ich habe was gesehen. Ihr seid alle hier in der Nähe, Digga. Das ist auf jeden Fall eine... Der King hat wieder so ein krankes Versteck bestimmt. Also ich höre dich aus. Jungs, warum macht ihr so was? Warum macht ihr so was? Okay. Ich kann nicht sehen. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Okay, dann müsst ihr in diesem Haus hier sein. Das geht ab. Buh? Bruder, Mar. Bruder. Woher? Richtige Peach, Digga. Woher? Kleine Peach. Kidnapp ist der weiter weg, oder was? Ja, ich bin weiter weg von dir. Warte mal, hat der eben gerade ein Auto verprügelt? Nein. Digga, wollte mich verarschen? Ich spiele ohne Headphones, Mann. Hä? Wie? Hä? Mit Lausgesprächen oder was? Doch, doch. Aber Dings, wie heißt das? Diese iPhone-Kopfhörer. Achso, bruh. Ey, nicht wegrennen. Ah, da hab ich dich doch. Warst du ganz hinter der Tür, Digga? Nein, Digga, ich war hier oben. Guck. Aber du bist auf jeden Fall tot. Jetzt nur noch der eine, ne? Nur noch Maeve. Ja, genau. Aber er war hier wahrscheinlich nicht in der Nähe. Skidnapp. Hey, warum? Alles cool? Ja, Bruder. Danke dafür. Achso, sorry. Ich dachte, du bist Maeve. Nein, nein. Oh, 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 oh. Aha, aha, aha. Was war hier los? Was war hier los, Digga? Guck in die Nase. Bleib steh, guck ich mal. Warte, warte, warte. Guck mal weg. Wo ist das? Ich will mal sehen. Ich will deine Nase ganz nah drauf haben, Digga. Hä? Hä? Bleib stehen. Hä? Was denn? So, hier. What the fuck? Okay. So, Leute. Jetzt such ich und versteckt euch mal. Und du mein Pitch. Mein Safe Call ist, Dekin wird zuerst gefunden und gesucht. Ey, ey. Ey, wer ist das Land? Ein Lelek. Wer bist du? Hey, Leute. Ich hatte gerade schon die Idee. Digga, wer bist dich? Geh mal weg hier, Alter. Das ist mein Versteck. Okay. Ich habe Baba versteckt. Ich habe auch Baba versteckt. Hoffentlich. Inch. Okay, seid ihr bereit? Hä? In welchem Team seid ihr alle nicht? Ich bin Team 4. Ich bin ja Mädels Team. Zumal ehrlich, wenn du mich hier nicht findest, Junge, dann bist du komplett auf den Kopf gefallen. Easy. Easy, aber. Egal, Habibi. Yallah, such jetzt. Ich finde dich sogar mit zwei Ton in den Augen. Verstehst du? Oh, das ist nicht verstanden. Okay, Leute. Ich such jetzt. Ich habe mich irgendwie umgeändert. Ich will Kidmeer, falls ihr das finden. Oh. Die Sache ist, Dekka. Mein Versteck ist so dumm. Du wirst mich so als erstes finden. Nein, Dekka. Das ist so dumm. Aber gleich noch wieder so schlau. Es ist Tony-like. Yes. Es ist 100% Tony-like, Dekka. Braum, Dekka. Es ist Braum. Braum. Nein, kein Baum, Dekka. Dekka, wo bist du? Kannst du mich sehen? Ja. Wakes, siehst du mich? Bruder, ich sehe niemanden. Ich sehe nur den Boden. Kidmeer, guck mal hinter dich. Habibi. Ja? Habibi Wakes. Abibi, du hast mich nicht gesehen. Guck mal, ich stehe hinter dich. Kidmeer. Mach drüber Zeit, Alter. Ey, chill doch, Dekka. Du hast mich noch gar nicht gesehen. Vor allem, da bin ich voll in Augen gegangen, Bruder. Ehrlich jetzt? Ja. Ist hinter dir. Nein. Ich wusste das doch nicht. Ah. Alles gut. Deswegen habe ich gedacht, Kidmeer. Hä, was ist hier hinter dir? Dekka, ich sehe dich. Wo seid ihr? 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 Auf meinem Drachen willst du dich entdecken, Junge. Aber das war schon Baba, eigentlich. Ja, das war so dumm. Aber irgendwie auch einfach echt Baba, Alter. Weil es einfach mal damals meine Dings war, Bruder. Echt? Ja, natürlich. Brrr. Jetzt muss er aber noch mich finden. Okay, Habibi. Der hat wieder irgendwie so einen Baum in den Angriff genommen oder so. Der hat wieder so Dings, Müllzweck, wo der sich wohlfühlt. Wo ist der? Ey, der Kid, gib mal Tipp, Robi. Hinter dir. Hä? Wo? Was redest du? Ich habe ihn gesehen. Ah, Junge. Ich habe ihn gesehen. Oh mein Gott. Ich sage Riss, ich habe auch mein Schatz. Ich weiß, wo ihr seid. Digga, jetzt hat er das gesehen, wo wir hingeguckt haben. Hast du gesehen, wo wir hingeguckt haben? Ja. Ja. Lass ihn mal verbraten. Ey, ey. Verbraten sich nicht auf was. Ey, warum nicht? Junge, reicht doch langsam. Hey. Ich habe alle gefunden. Oh, Digga. Jungs, ey, was war das für eine komische Heidenzweck-Folge. Ich würde sagen, Leute, weil ihr euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall auch die anderen ab, Leute. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und ich, Junge, ich fick dich auch mit, Junge. Ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese Aufnahme. Aber egal, dich auch, Alter. Jeden von euch. Ich würde sagen, Leute, Jungs, haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020